Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist Koks. Hi. Ja, wir machen heute ein 1v1. Ich will dich petexten. Mhm, bestimmt. Dann lass ein Sturmgewehr und eine lila ne Pump nehmen. Goldene Pump. Ja, dann hat Goldene Pump. Oder nur Loot aus dieser Season. Nur Loot aus dieser Season. Goldene Sturmgewehr, goldene Pumpkan und noch ein Gäbler. Und noch mal eine Farbe Schwarz. Du kannst auch eine MK7. Nimm auch eine Farbe, okay? Welche Farbe sollen wir denn jetzt nehmen? Die, die zu deinem Skin passt. Ich hab zum Beispiel Grau-Weiß. Was hab ich denn? Ich hab Schwarz, ne? Schwarz und Weiß. Wenn du raus gehst, können wir machen. Tschüss. Tschüss. Warte, ich möchte was ausprobieren. Ich möchte was gucken. Kick ihn, kick ihn, kick ihn, kick ihn. Kick ihn. Ich mach doch schon so schnell, wie ich kann. Hab. Und, äh, nicht öffentlich. Äh, äh, Dingens. So, hab ich. Weiß nicht noch. Uah! Noch mal kicken, noch mal kicken. Der darf nicht reinkommen. Junge. Schade. So, fangen wir an? Ja. Los geht's. Hast du Loot aus dieser Season? Ja. Welchen? Äh, ich hab ne Ranger-Gewehr. Ich hab ne MK7. Du weißt, man das MK7 nicht so gut im Nahkampf ist, ne? Nee, die hier, das stimmt nicht ganz. Nackhaft ist die viel, viel besser. Und dann hab ich noch nicht. Oh! Ich lach, das runtergefallen. Ich hab keinen Bock, wer es überhaupt echt tut. Wow. Super. Nein, nein. Boah, der, das ist so ein riesiger Turm. Digga, ich fühl mich gerade wie bei Hello Neighbor. Jo, ne. Jo, übertreibt, Digga, übertreibt. Übertreibt man nicht. Das war durchbacken. Das war sowas von... Mit Heel oder ohne? Was? Mit Heel oder ohne Heel? Ohne. Klar, ohne. Warum hast du Pumpgun? Das ist nicht so, dass du das zu schießen. Ja, der ist auch bei denen. Oh! Das war ein Crack von mir. Das war ein Crack. Mein Pad ist leer, lass es bitte. Lass es! Ein Pad? Ja, wir machen doch eh bis drei. Oh, okay. Guck mal, hier ziehe ich. Warte, ich bin wohl mit dem Strack. Die gibt es ja hier gar nicht. Stimmt. Ach, egal. Ist du da? Ich hab gar nicht realisiert, dass sie losgemacht hat, aber egal. Das ist größte Lüge. Das ist größte Lüge. Das ist größte Lüge. Das ist größte Lüge. Guck mal. Ich verbohr mich. Jo, nervt mich. Junge, Junge, alles für Klicks, oder was? Hast du alles für Klicks, oder was? Nein, 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 nein. Ja, endlich ist es um. Endlich! die reine du bist ja schon da und muss das so sein sieht schön über mir du hattest du glück 2 0 3 2 1 ich habe noch eine geheimwaffe du spielst mit punkten was soll ich tun ja aber warum spielst du mit punkten weil ich habe mich verdrückt dann zählt das nicht weil wir haben gesagt auf waffen dieser season ja guck mal dann würde doch auch eine fange ja warte geben unter das schon komme ich auch wieder schnell hoch und ich habe keine epische krank genommen ich bin goldene hier und hier so knapp ja achten nichts danke doch noch mehr dagegen ja als ob du für 60 ausguck soll ja auch mit gar machen aber hätte ich da darf man oder 2 1 warum schneidest du eigentlich deine videos 321 mit ich gleich mit ich vielleicht auch mal meine ins oder ein markt hatten kann bald aus dem stand ja ich mache noch nicht ich mache noch ein ins was ich hab das schon fertig muss nur noch meine videos lieber zwei habe ich mal was als eine zu wenig ich meine lieber eine helfe mehr als eine zu wenig bei der wahl guckte gleich mal mein video und dann siehst du was für internet ich habe auch internet leckst du mein video an das weißt du du weißt schon dass es geführt eine halbe stunde dort ist dann ist wenn ich dann gehst dann gehst du auf und dann ist das schon bei mir hochgeladen wie machst du das denn ganz normal trinken dann laden und dann so und dann so ich mach so du machst du immer mach ich wieder so und dann machst du wieder so knapp die sich noch einen punkt sagt mir jetzt ernst was ernsthaft ja wie du hast machst so zum beispiel es ich drehe auf zeit macht geschriften also so guck ich mach mal ein video so ich mach mal ein video so ganz normal so dann speicher ich muss trimmen den anfang wie ich reingehe und dann muss ich erst mal laden und dann muss ich erst mal laden so danach muss ich so bei beschriftung beschreibung das was er gemacht wird schreiben und darüber muss ich einfach nur so einfach nur schreiben damit das spiel bekannt ist also mein titel mein titel musst du dann schreiben ja bei titel ich muss aber kurz alles nachladen leider auch deins alles nach warte ich komme wieder aufgeschossen die masse da bist und wieder untergeschossen warte ich komme wieder letztes mal dann dann beendet die letzte runde stopp mal du er bleibst gar nicht in dieser season ja aber trotzdem man braucht irgendwas um hochzukommen wenn man unterfällt ja einfach abfangen ne die ich fall immer kopf deswegen guck mal ich bin ich bin ich bin sogar so video gaier ne ich mach sogar drei videos am einen tag ich kann gerade erst mal eins machen weil ich das ganze schneiden muss ja ich lade das alles hoch also soll ich dann gleich aufs schneiden gehen trimmen trimmen in sharefactory kannst du das alles noch mit memes hinzufügen das musst du aber erst runterladen dann musst du auch deine älteren das ist das ist nicht mein ende also muss ich aber wenn ich gleich auf video clip speichern dann ist das sofort ich will nicht sterben ja ja wo bist du ich bin noch nicht mehr was guck ich bin noch nicht mehr wo bist du dann da wo ich nicht bin oder gut ausgesicht und gefixt ja guck das meine warte 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 ich fahr ganz runter warte ich komm eben noch die dreify die u quad die die ge hochgeflogen warte mal ich beende jetzt das video aber sagt nie wenn du das video beendest